Willkommen zur Videoreihe zu den Teilbarkeitsregeln. Ich bin Stefan und werde dich die nächsten Videos begleiten. In dieser Videoreihe lernst du, was der Teiler ist und du lernst die Teilbarkeitsregeln für die Zahlen 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 und 25 kennen. In diesem Video fokussieren wir uns erst einmal darauf, was ein Teiler überhaupt ist. Um diese Videoreihe verstehen zu können, solltest du wissen, wie man die Division von natürlichen Zahlen durchführen kann. Wenn du dir danach unsicher bist, schau doch zuerst bei dieser Videoreihe vorbei. Aber was ist denn nun ein Teiler? Ich sage dir jetzt die Definition, pass also gut auf. Ein Teil ist eine Zahl, durch die man eine andere Zahl ganz zahlig, also ohne Rest, teilen kann. Was es jetzt genau heißt, schauen wir uns gleich anhand eines Beispiels genauer an. Ich verwende hier 15 gezeichnete Äpfel und 5 Körbe, aber du kannst gern selbst mit ein paar Spielstein, Münzen oder sonstigen Materialien mitmachen. Drücke hier kurz auf Pause, damit du sie dir holen kannst. Alles bereit? Gut, dann steigen wir gleich ein. Nina hat 15 Äpfel im Garten ihrer Großmutter gepflückt und sie will sie nun zu gleichen Teilen auf verschiedene Körbe aufteilen, sodass in jedem Korb gleich viele Äpfel sind. Zunächst versuchen wir das mit zwei Körben. Wir geben den ersten Apfel in den ersten Korb und den zweiten Apfel in den zweiten Korb. Das fahren wir nun fort. Wiederum einen Apfel in den ersten Korb und zwei in den zweiten. Auch mit den anderen Paaren machen wir genauso weiter wie zuvor. Jetzt merken wir, dass es noch drei Äpfel überbleiben. Wir können einen ersten Apfel in den ersten Korb und den zweiten in den zweiten Korb geben, aber uns bleibt ein Apfel über. Wir können die Äpfel also nicht zu gleichen Teilen in den Körben aufteilen. Das heißt, zwei ist kein Teiler von 15. Gehen wir wieder zurück zu den 15 Äpfeln. Was, wenn wir nun drei Körbe verwenden, um die Äpfel aufzuteilen? Machen wir es wie vorhin. Wir geben den ersten Apfel in den ersten Korb, den zweiten Apfel in den zweiten Korb und den dritten Apfel in den dritten Korb. Dann fangen wir von vorne an. Jeweils ein Apfel in jeden Korb legen. Und zum Schluss. Na nun, seht ihr da, wir haben drei Äpfel über, die wir perfekt auf unsere drei Körbe aufteilen können. Das bleibt kein einzelner Apfel über. Wir können also nun sagen, da wir die 15 Äpfel auf die drei Körbe ohne Rest aufteilen haben können, dass drei ein Teiler von 15 ist. Versuchen wir das Ganze auch mit vier, beziehungsweise mit fünf Körben. Ich habe das Video hier ein wenig schneller gemacht. Drücke also auf Pause, wenn es dir zu schnell geht, beziehungsweise du es einfach auch alleine nachmachen willst. Wir gehen weiterhin so vor, wie bei den anderen Durchgängen. Bei den vier Körben merken wir, dass am Schluss wieder drei Äpfel überbleiben. Daher können wir sie nicht auf gleichem Teil aufteilen. Und vier ist kein Teiler von 15. Bei fünf Körben allerdings sehen wir, dass in jedem Korb gleich viele Äpfel, also jeweils drei Äpfel, Platz haben. Wir können also sagen, dass fünf ein Teiler von 15 ist. Ist dir die Definition eines Teils klar? Passiere hier kurz das Video und schreib dir die Definition mit deinen eigenen Worten auf. Huh, schon fertig damit? Dann blende ich dir hier noch einmal die vorherige Definition zu vergleichen an. Hast du das Gleiche, beziehungsweise etwas Ähnliches notiert? Ausgezeichnet! Wenn nicht, schau dir das Video einfach noch einmal an. Dann klappt es bestimmt. In den nächsten Videos gehen wir dann die Teilbarkeitsregeln durch. Ich hoffe, ich sehe dich gleich wieder.